3, 2, 1... Hey Leute, was geht? Keta begrüßt euch zum zweiten Teil von Random Gezocke. Und zwar zocken wir heute in der Liga mit zwei sendenden Leuten. Ja, moin, lasst ihn schwingen, Fat Monster ist hier und so. Und ja, heute spiel ich mal mit, wieder Quitsch. Ja, ach, warte, Schwanz im Mund klappt. Oh nein, ich darf nicht die Ältere zurückzureden, aber ich hab's voll vergangen. Egal, zu dir, du bist dran. Ja, hi, ich bin wieder zu dir, boy, und ich spiele heute mit beim Liga-Spiel. Ja, und bei mir am Start ist gerade, also als Waffe die AN-94 mit Vollmantel geschossen, schnell ziehen und Vordergriff. Genau wie die 5-7 mit ebenfalls Vollmantel geschossen und als Wildcats natürlich Primärwaffe. Extra 1 kugelsichere Weste, extra 2 Plünderer und extra 3 Gewandtheit, damit die Hosen auch schön immer am Schaukeln sind und vor allen Dingen das Ding da drin. Und ich schnapp mir mal eben noch eine Zombies-Tarnung für die AN und eine nette Elite-Tarnung für die 5-7. So, die anderen Klassen brauche ich nicht. Worum geht's hier genau bei diesen Liga-Spielen? Ich hab das noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Könnt ihr mir das machen? Ja, das ist eigentlich so ein Ranglisten-Spiel, also jetzt müssen wir Platzierungen spielen, wenn es bei dir unten aufsteht, diese Firmen-Spiele, siehst du die? Ja. Ja, wenn wir die haben, dann kriegst du eine Platzierung, Platzierung, Alter, ich krieg's nicht hin, Platzierung, so. Und ja, das ist eigentlich nichts Besonderes, aber manche sind halb geil drauf, einer der Top-Tens zu sein oder so. Ach so. Verstehe. Also so richtige Knechte, meinst du? Ja, Alter, ich verspreche mir die ganze Zeit, was ist hier los, Alter. Stell los, stell los. Okay, dann geh ich schon mal aufs Spiel suchen, oder was? Ja, ich guck mal eben, was ich alles nehmen kann. Geschütz ist ganz legitim, Hunter-Killer geht nicht. Dann nehme ich... Alter, dann nehme ich... Wieso kann ich das denn nicht nehmen? Ich versuche es mal mit AGR, aber so viele Punkte mache ich meistens eh nicht. So, wann geht's dann los? Oh, wir haben schon Spieler gefunden, warum stellen die Namen denn nicht da? Weil man in dem Spiel nicht raus kann. Also wenn man spielt, dann kann man raus, aber dann kriegt man eine Bestrafung. Dann hat man fünf Minuten oder so, hat man einen Bann. Und während das Spiel sucht, kannst du auch nicht raus, also wenn alle Spieler gefunden worden sind. Ach so. So, ich hab jetzt mein Clan nochmal geändert. Ein vernünftiger Clan. YouTube. Ne? Also Leute, wenn ihr euch auch mal blamieren wollt, dann joint einfach mal der Lobby, wenn ich mal online bin. Und... Nein, Spaß. Es gibt aber wirklich so Leute, ne? Da gab's mal einen, der hat irgendwas von Haftbefehl nachgerappt, ne? In einem öffentlichen Spiel und den hab ich aufgenommen und eiskalt hochgeladen. Warum sollte ich das auch nicht machen? Ist doch geil. Ja, passiert, ne? Wer sich zum Affen macht und da rappt, die Haftbefehl aus, glaubst du im Jungen, ne? Ja, das passiert halt, ne? Du musst damit rechnen, dass du von irgendwem aufgenommen wirst. Und wenn's nur mit der Handkamera ist. Mit der sich die Mädchen meistens den, äh, Tanga von innen filmen. Aber sagen wir dazu mal. Hallo, mit wem spreche ich später? Ist da der, ist da der, ist da der Gummibärchen-Express? Mit den kleinen Kindern? Hallo? Ne, die sind schon wieder weg, oder? Nein, ne, die sind eigentlich... Einer fehlt noch und dann kann das Spiel eigentlich losgehen. Das ist immer so... Ja, jetzt kannst du auch nicht mehr raus, siehst du da? Wenn du Kai drückst. Ja, hatte ich eh nicht vor. Ey, Kollege, wie geht's? Wie seid ihr auf, Alter? Geht's euch gut, oder, äh, muss ich euch nachhelfen mit einer anderen Misshandlung? Das ist, das sind so kleine Kinder-Clan, oder so. Achso, das ist, äh, der Kiddy-Clan, Alter, das müsst ihr wissen. Ich stell die gleich eh alle auf, stimm, damit die ihre Schnauze halten. Die können eh nichts außer, äh, Bauklötzchen übereinander stapeln. Dafür brauchst du einen IQ von zwei und die haben einen von eins. Ne, Moment, dann können sie das ja gar nicht. Ist ja auch egal. Also ich hab jetzt alle, ich hab jetzt alle genuted außer euch beiden. Ja, ist ja auch vernünftig so. Wer nimmt die Bombe? Äh, also ich will nicht in die Luft fliegen. Also, dann nehm ich die. Gut. Ich werd mal ein bisschen rumlaufen und die Leute hier abschießen. Also ich suche nur ein Zerstören, einmal tot, das weißt ja, ne? Ja, weiß ich. Deswegen ist es auch umso besser, dass sie nicht respawnen. Aber ich glaub, wir könnten ruhig, äh, in einer Aufnahme vier, fünf Runden machen, ne? Also fünf Runden wäre das cool, ne? Durch, aus. Ich bin hier gerade übelst angeschossen worden. Hast du Bock, Ketter, dass wir einmal bis zur Platzierung spielen? Also fünf Spiele spielen? Muss ich mal gucken. Erwisch. Den ersten von denen hab ich fertig gemacht. Sieger! Ey, der Typ ist einfach so umgefallen. Achso. Dauer aiming oder was? Man, man hat das gar nicht gehört, dass der Typ umgefallen ist, alter. Der ist völlig lautlos umgefallen, als hätte der einfach so ne Schaummatte am Rücken gehabt. Na. Ey, wir haben's hier nicht mit Verlierern zu tun, ne? Also mit unserer Gegnern. Wir haben's hier mit... Lass alle rechts lang. Wir haben's mit verlierenden Kindern zu tun. Okay. Ja gut, dann lass mal rechts gehen. Wenn ich husten muss, dann kann ich nicht zielen. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, das kenne ich auch. Oh, die Kleinkinder... Die Kleinkinder hat ihre Granate gerufen. Die Kleinkinder werfen schon Granaten. Und man, jetzt werden sie aber frisch. Kann er noch reden? Ey, bleib mal da, wo du bist jetzt, Ketterhäcke. Lock die mal her. Diek mal da rum. Ach, schade, wir haben Bomben geplant. Blenden und die Fusen. Wir müssen jetzt die Fusen, sonst fliegt das ganze Ding gleich hier in die Luft. Boah, was geht der als Skills eigentlich die ganze Zeit auf und on? Der will mich doch wohl verarschen. Ich bin der Letzte. Hoffentlich nicht das Letzte. Sind die anderen jetzt alle schon tot? Uh, Spieleanachung. Den kenne ich nicht mal. Bitte um Entschärfung. Bitte um Entschärfung. Knappisch. Ja, ihr seid so doof, ihr kleinen Kinnis. Mann, was für anselige kleine Pisser. Ey, guck dir das an, Alter. Guck dir den A-Mann. Ey, ich rede ganz weit vor mich hin, ne? Ja, dann hab ich erst gecheckt, dass du das gar nicht hören kannst. Ja, es ist kein Problem. Sie koordiniert sich da hin. Panzer rechts, da in der Ecke. Und das andere links. Ja. Nein, Spaß jetzt, das war ganz im Ernst. Oh Mann. Ich muss schon sagen, es macht wirklich richtig Bock, hier mit euch aufzunehmen. Also, ich hatte selten so viel Spaß bei YouTube. Und allgemein bei COD eigentlich auch. Weil der Multiplayer ist wirklich überhaupt nicht mein Modus. An sich nicht hier Herrschaft, oder hast du nicht gesehen? Der Multiplayer an sich ist nicht mein Modus. Hast du eigentlich noch MV3? Ja, MV3 hab ich. Wollen wir da gleich noch die Aufnahme machen? Das können wir ein anderer mal machen. Ich bin heute schon ein bisschen, äh... Ich wollte es jetzt nicht drei Jahre im Voraus alles aufnehmen. Ja, ich hab den Typen nicht so wirklich kommen sehen. Tut mir auch leid. Ja, ähm... So, was so, Jugboy. Den hat er erwischt. Sonst lebt keiner mehr. Schade. Puh. Bombe wird gepflanzt. Das ist ja echt Bombe. So. Ja, ich kann auch nur noch zuschauen. Also, jetzt höre ich gerade selber keinen mehr. Ja, mich hörst du noch. Ah, du bist auch wieder da. Puh. Scheiße. Das war... Ja, ich kann nur sagen, dass jetzt wahrscheinlich die... Ja, den muss er gleich wieder teabacken. Du Wichser, Alter. Kleines Kind. Ach ja, stimmt. Kleine... Kleines Kind und Wichser kann ja gar nicht sein, ey. Mit vier Jahren kann man ja nur nicht wichsen. Aber COD zocken wir offensichtlicherweise auch. Wie die sich immer fühlen, ne? Die kleinen Kinder hier. Schön, erstmal teabacken. Oh, wie schlimm, Alter. Und da kenne ich so Leute, die sagen dann so zu mir, ey, ey, du hast einen Sack-KD, du Lappen. Und dann denke ich mir immer so, einen Sack-KD, hm. Ich habe genauso viele Leute getötet, ähm, wie ich Tode habe halt. Das bedeutet ja eigentlich praktisch, ähm, dass ich absolut im Durchschnitt der Spieler liege. Aber das ist ja völlig egal. Durchschnitt ist ja absolut grottenschlecht. Das weiß ja auch jedes Kind. Vor allem die, die die COD zocken. Und noch mehr, die die MW3 zocken. MW3 ist eh das größte Kinderspielhaus. Geh in den Kindergarten, triffst du nicht so viele Kinder wie bei MW3. Ist wirklich so. Viele von euch werden mich jetzt hassen, dafür, dass ich campe. Aber es ist einfach geil. Ach ja. Okay, jetzt wurde ich mit derselben Sache bestraft. Sujuk Boy kann... Sujuk Boy, du bist unsere Hoffnung. Ich, ich verkacke ich gerade nur noch, weil... Also, bei mir geht's eigentlich. Ich bin jetzt nicht negativ, aber positiv fühle ich mich auch nicht. Viel Glück, Sujuk Boy. Ach, Mist. Ey, diese kleinen Kinder... Diese kleinen Kinder regen mich langsam richtig auf hier. Jetzt brauche ich mich halt einfach. Ey, wir verlieren nicht gegen die, ne? Ich will, dass die Beziehungen mit euch schaffen, ey. Ich war gerade die Bombe am defusen. Aber dann bekam ich einen Schuss ins Knie. Ne, Quatsch, fünf. Ey, lass mich mal die Bombe, ja? Lass mich mal die Bombe. Oh, danke schon. Ich hab irgendwie langsam das Gefühl, dass wir nur noch zu dritt in diesem Team sind, obwohl wir vier Spieler sind. Aber wenigstens kann ich alles nehmen, was ich möchte als Waffe. Eigentlich. Das ist super. Außer die Fall, Alter. Ja, aber wer will denn schon die Fall, Alter? Die Fall ist was für kleine Kinder. Ich gehe gerne. Die Fall ist aber gut. Sie hat schönes Aim. Och, fuck, Alter. Zählten die Fotsen mich. Die Unrasiert. Alter! Ey, das ist doch nicht mal möglich. Ich hatte nicht mal die... Was? Ich hatte nicht mal die Möglichkeit zu zielen. Der Typ, der hat mich weggepustet mit zwei Schuss. Ey, guck mal. Ey, er kommt hoch. Ich hab schon anvisiert, ne? Ich hab schon da anvisiert, weil ich wusste, dass er hochkommt. Ich schieße. Boom. Besseres Internet. Ja. Wir haben nur eine 16.000er Leitung, von der ich 8.000 hab, weil wir einen Router haben. Ich hab eine 32.000er ein. Und ich hab davon auch nur 8.000. oder so. Oder so, ich glaub, 12.000. Keine Ahnung. Ich hab ne... Upload ist eh... Upload ist bei mir ein halber Mbit. Deswegen bin ich auch immer so aufgeregt... äh, rege ich mich immer so auf wegen Videos und sowas. Ey, mein Upload ist jetzt kaputt. Die Musik. Halt Rapshot, der weh Geld. Was machen die denn da? Kleinkinders. Na, du bist das. Man muss immer sicher gehen. Joa. Wär das jetzt ein Gegner gewesen? Weißt du, du kamst da so... melancholisch... Okay. Du kamst da so melancholisch die Ecke... äh, rum, ne? Also um die Ecke. Warum bin ich denn immer noch Zweiter? Ich bin doch gottenschlecht. Ne, jetzt nicht mehr, glücklicherweise. Jetzt bin ich Letzter. Oh ja. Jetzt hab ich auch mal weggekillt, ey. Gibt es doch nicht. Ja, Zwo Kill leistet hier wirklich gute Arbeit. Muss man loben. Ey, kennst du das... Ah, von Letzten. Kennst du, dass ein Ehepaar liegt zusammen im Bett, ne? Ein Furz-Duell. Also Frau und Mann. Und der Mann dann so... Und dann sagt der Mann... Dann sagt der Mann so zu seiner Frau... Äh, Halbzeit, Seitenwechsel. Und der da reingeschissen. Ihhh. Komm her, du Games. Ja, wo ist er denn jetzt hergekommen? Alter, was sind die da zu zweit, ey? Das... Ich bin ein Multiplayer, so ein Lozzi, Alter. Hoffentlich schafft ihr das wenigstens. Einigermaßen. Also ich kann mich nicht groß beklagen. Natürlich. Jetzt haben wir wieder schon nur noch einen am Leben. Alter, das ist immer der geilste Moment, wenn ich immer gebumst werde, wenn ich gleich andere Quelle heiße. Ja. Ich hab seit... Also am Anfang sah es bei mir richtig gut aus, aber jetzt mittlerweile hat sich das dermaßen verschlechtert, dass ich schon gar keine Lust mehr habe zu spielen. Ich hoffe, die nächste Runde, also nach dem Spiel wird besser, ey. Also wir nehmen jetzt erstmal auf und dann gucken wir mal, wie viel davon nach oben kommt. Ja. So. Ich glaub, wir könnten wirklich zu dritt, ähm, jede Woche vielleicht dreimal, ähm, was machen, so fünf Runden. Weißt du, so ne Platzierung, dass wir ganz hoch kommen, weißt du? Ja. Auf jeden Fall kommt das, auf jeden Fall kommt das mit in die Playlist Random Gezocke. Weil wir uns ja einfach mal random getroffen haben und dann mal ne Runde gezockt haben. Eigentlich. Oder wir können jetzt ne Gruppe daraus machen, so einen neuen Namen. Also statt Random Zocken irgendwie einen Namen erfinden. Die Scram passt dann Spaß. So ne neuen, ne neue Serie. Ja, aber sagen wir mal so, du kannst ja auch nebenbei aufnehmen, wenn du jetzt, kannst mit dem... Ich, mein Internet ist doch... Geil. Mein Internet ist doch noch immer so abgefuckt. Hä, ich hab einen Schuss abgekriegt, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, natürlich, natürlich. Immer schon, immer noch schön am Campen, derzeit-Mod. Ich hoffe, dass ich hier einen Daumen zu kriegen, obwohl man vorher auch die Tieten vorher anfängt zu schießen. Na ja, das hier im Blackout. Mir gefällt der Multiplayer von Black Ops auch besser als eigentlich der hier, weil man einfach bessere Waffen hat. Vor allem die ganzen Maschinenpistolen, das kannst du hier mit echt nicht vergleichen. Aber ich spiele selber, weil die ganz gut ist. Niederlage. Jetzt haben die Knechtos wieder aufgeholt. Die würde ich auch... Ne, wir haben doch gewonnen. Achso. Ach, echt? Weil da stand Niederlage gerade. Oder wie? Ey, Alter, ohne Scheiß, der Multiplayer ist einfach hier, weil COD ist nicht wirklich meine Welt. Ey, also Zombie geht ja immer, aber Multiplayer ist echt nicht mein Ding. War es auch noch nie. Also, okay, zurück zum Thema. Also, weißt du jetzt, was ich meinte, oder? Was? Du weißt, was ich meinte, oder? Ey, weißt du, was ich meinte, weißt du, was ich meinte? Nein, äh, was meinst du denn? Ah, mit der Serie. Du hast... Ja, ich muss mal gucken. Also, hier, wie gesagt, Randomgezocke. Da können wir alle zusammen immer was machen. Da habe ich nämlich jetzt schon eine Serie angefangen. Und das wäre super, wenn ihr da mitmacht. YOLO. YOLO im Marco Polo. Ich kriege hier gerade ein bisschen zu viel ab. Ich bin gleich schon wieder tot. Mann, du Wichser, Alter. Ey, das ist doch... Der lässt ihn richtig schwingen heute, ey. Scheiße. Ey, wie müsst ihr das gewinnen, ey? Mein Leben, Alter. Ich bin immer nur noch am Husten hier. Ey, das ist die erste Serie, die wir raus haben. Und wir scheißen so altes zu dritt, ne? Also, Randomzocke. Und, ähm... Erstmal... Wir verscheißen hier. Erstmal Randomzocken, dann mal gucken. Sollen wir mal gleich Moshpick machen? Ein bisschen. Was denn? Liga-Spiele Moshpick. Ist besser. Da gibt's doch Team Deadmatch und alles Mögliche. Meinst du, das andere Liga? Ja. Oh, Quack. Mir ist relativ egal, eigentlich. Mhm. Ey, ich... Ich... Ich geh gleich... Ohne Scheiße, ich werf gleich den Controller gegen die Wand. Ich... Ich hab einfach... Ey, Multiplayer, das ist doch scheiße. Ich mein, Team Deadmatch ist wenigstens relativ cool. Und was findest du besser? Md3 oder... 4B2? Natürlich Black Ops 2. Ich bin eigentlich... Nein! Was ist das? Mein Gott! Ich bin eigentlich ein reiner Zombiespieler. Deswegen ist der Multiplayer eigentlich auch nicht wirklich was für mich. Ich hasse das, ne? Mit den Vorbeimessern. Ich hasse es mit den Vorbeimessern, ey. Wir haben komplett verloren, ne? Ja, aber die Platzierung steht ja noch nicht fest. Wir müssen ja noch vier Games machen. Okay, dann würde ich sagen, für diese Folge von Random Gezocke war's das. Und wir...